Hallo, ich begrüße Sie zum 28.07.2019 zu einem Let's Play mit Sudoku. Ich schaue mal auf die Statistik. Die letzten 170 Spiele haben wir schon. Im Durchschnitt haben wir 38 Minuten gebraucht. Die beste Zeit war 12 Minuten. Ja, ich bin immer noch auf Level 22. Tja, 90.000 Punkte erreicht. Also machen wir weiter. Neu Spiel. Und okay. So. In der Mitte viel Freie und rundherum auch Freie. So Kreis quasi. Sieht so kreisförmig aus. Sie zahlen. Also was haben wir? Einen sagen wir. Da haben wir 3. Da haben wir auch 3. Und da auch. Ja, kommen wir nicht mit Anfang mit 3. Und die sind über Kreuz 2. Und die sind über 3. Die sind über 2. Und das ist dann ja. Wir sind über 2. Und es geht nicht mit zwei. Das ist ja. Wir sind über 3. Es sind wieder 3, da auch wieder 3, ja da kommt aber eine 2 hin, ich hätte das gedacht. Ok, 3, sehr, kommen wir nicht weiter, 4, 4 haben wir ja viel, ne? Und da kommen 2 Stück hin. Und da kommen wir 2 Stück hin. Ok, weiter 5, 2 sind warm. Dann machen wir 2 Stück hin. Und da auch. Und da. Ja. Wollen vergessen. Können wir vergessen. Das bringt nichts. Ja. Ja. Und da auch. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Heute habe ich viel zu viel da hier drin. Ich muss mehr trinken. Okay. 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 In der Mitte haben wir fehlende Reihstücke und unten haben wir zwei Plätze für die 6. Ich starte 3. Dann haben wir hier quasi der andere 6 und der andere. Dann haben wir da, weiß ich ja. Ja gut. 7. 7. 8. 8. 8. Da kommt dann den 8 hin. Dann haben wir da, kommt dann die 16 hin. Und der auch. Und die gehen weg. Und die gehen auch weg. Und dann kommt da eine richtige 16 hin. Und das hat 3, 3, 3. Ja gut. Die haben wir also. 7. Sieben. Und dann den Sieben. 9. 2.9 All right 1.9 2.9 2.9 ist aber mager. So gut wie gar nichts. Das ist ja so gut wie gar nichts. Aber da kommt 2,9. Und damit kommen da unten quasi 2,9. Und dann kommt die Karte. 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 jetzt auch nicht weiter. Ja gut. Einmal so eine Idee. Was kommt denn da? Da fehlen auch zwei Stück. Eins, zwei, da fehlt die Reihe. Drei und sieben fehlt da also. Drei und sieben. Da haben wir ein Full House. Da kommt eine Zümen. Und dann will ich die weg machen. Ja, haben wir also die dritte Spalte gelöst, was haben wir noch in Spalten? Da fehlen 4, da fehlen 3 Stückchen, was fehlen denn da 1, 2, da fehlen die 3, 3, 5 und die 6, ne 6 haben wir, die macht 3, 6, 9, also da, ich meine, ich schätze hier, da fehlen jetzt 3, 5, 9, 1, 2, 3, 4 haben wir, 5, 5 fehlt und die 6 haben wir, 7, 8 haben wir, 9 fehlt auch, also 5, 5, 3, 5, 9, da können wir auch nichts machen, 3, 5, 9, die sind alle ungünstig verteilt und diese 3, eine Spalte weiter, was fehlt da, da fehlt, da fehlt eine 1, da fehlt eine 1, was fehlt noch, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. Ja. Das heißt, die 1 kommt dorthin oder dorthin, da war der Ende ja nicht in der Spalte, und 3, da sieht du wohl aus, da haben wir ja fast gar nichts, der Reihe sieht du wohl aus, sieht auch nicht viel besser aus. Und die 2 kommen jetzt bei hin. Und der gute 1 2. Und die 2 kommen jetzt bei hin. Okay, all right. Vielen Dank. Ja, habe ich hier irgendwas übersehen? Manchmal reicht ja schon eine Zahl, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Hier haben wir alle. Da haben wir drei Stück. Da haben wir auch drei. In der Mitte. Auch drei. Die Therapie tut nicht weiter. Acht. Haben wir eine? Aber nicht alle. Unten haben wir nur zwei Stück. Das heißt also, da kommt die Acht hin. Und das war die Zahl, die fehlt ja. Gut. Und das heißt also, dass es seit vielen kommt. Und das heißt, dass da keine vielen kommt. Und das heißt, dass da die einzigen kommt. Da kann der nicht. Und da muss da jetzt wohl aus die fünf hin kommen, ne? Nein. Die drei. Nein. Die drei kommt da hin. Ja. Und weiter. Jetzt erst mal Ende. Jetzt erst mal Ende. Da habe ich drei Stück. Da haben wir auch drei Stücke. Maggie. Hier. Hier brauchen wir nochmal von vorne an. Da kommt ein 10. Die Telemark. Die 1 gehen weg. Dann haben wir 3 eins. Dann sind wir… Dann sind wir morgens… Ich bin im Träumen hier, ich bin im Träumen bei voller Verpflegung, da ist ja schon einer als Manu, 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 da war der Wunsch der Vater des Gedankens, aber da kommt die Einzelnen und die gehen weg, so geht das, so geht das, und dann haben wir die Einzelnen. So, ich bin im Träumen, ich bin im Träumen, ich bin im Träumen, ich bin im Träumen, die Einzelnen und die Einzelnen. Da wird das Level 23 noch auf mich warten müssen, Punkte arbeite ich heute eh nicht. Also, das sind die Einzelnen, drei, drei, zwei. Das war ja. Die drei, die Kuntane, die drei, Kuntane, bitte, so, ja, das heißt, da und da. Die drei sollte dahin, die sechs, dreien, tja, und wo die in der Mitte die drei? Ja, das wären die vier, die vier, ja, die vier kann nur auf dieser Zeile nur dort sein. Und das heißt, die Kuntane weg. Und das heißt, dann kommt da die vier hin, dann kommt da eine fünf hin. Weiter, dann haben wir die vier oben, ja, vier haben wir vollständig gut. Fünfer, ja, Fünfer, da ist ein hartnäckiger Widerstand hier. Vor allen Dingen in der Mitte, keine fünf. Drei, da ist es auch hartnäckiger Widerstand. Drei und fünf. Drei, da ist es auch hartnäckiger Widerstand. Und dann kommt da zwei, zwei Hin. nein ja da kommt er da hin da kommt er hin und dann kommt er da hin die kann weg und dann ist er wieder die kann weg und die sind auch weg dann kommt er in den siemen dann kommt er hin und ja da kommt er in den neun hin und dann haben wir da unten den neun und dann zwei mal und dann der andere zwei und dann genau wieder fehler jetzt ja egal da kommen dann die drei und dann kommt der dritte hin und dann kommt der oben auch noch ja da kommen zwei drei hin ja gut die und dann die gehen weg die gehen weg ja die zwei haben wir drei stück drei stück drei und bei der drei ja es ist Widerstand immer noch hartnäckig hartnäckig vier drei 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 ja auch ein Widerständler auch ein Widerständler also die fünf zum beispiel die können ja nur und dann hier gibt es dann nur zwei Felder für der grunde Fügel und da die sie sehen da unten noch zwei drei vier fünf sechs sieben acht und die neun Jetzt gucken wir nur noch nicht, und dann können wir nur noch nicht und dort kommt eine hin und dort kommt eine hin und dort kommt eine hin und dann kommt die fünf hin und dort kommt eine hin und dort kommt eine hin und dann kommt eine hin und dort kommt eine hin und dann seht ihr noch 1,2,3,4, 4, da fehlen nur 5 und dann kommt eine 5 hin und dann kommt eine A hin vorbei mit dem Widerstand, da auch 3,3,3 was fehlt da oben noch, da fehlt 1,2, da kommt dann eine 3 hin Ok, das war es Zeit, 6 und 3 Minuten ich habe wieder lange gebraucht